Im heutigen Video für fortgeschrittene Jazz-Gitarristen geht es mal wieder um die Thematik Chord-Melody. Also wie schafft man es, einen Jazz-Standard ausgehend von Melodie und Akkord-Symbolen als Solo-Version auf die Gitarre zu übertragen, also dafür zu arrangieren. Ich habe das mal exemplarisch mit einem bekannten Stück gemacht und ich erkläre dir mal jeden einzelnen Schritt, wie ich zu den einzelnen Akkorden gekommen bin. Bleib dran! Hallo, hier ist Christian, mal wieder mit einem Video für weiter fortgeschrittene Jazz-Freunde. Wenn du dich für die Thematik Jazz-Gitarre interessierst, dann empfehle ich dir auch unsere Facebook-Gruppe Jazz-Gitarre lernen, die ich vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe. Da findet immer wieder mal ein Austausch statt, also wenn Fragen auftauchen, beantworten wir uns die gegenseitig. Es gibt quasi einen Austausch von Lehrmaterialien, wer was Tolles gefunden hat oder tolle interessante Video-Links. Dann tauschen wir uns aus in der Gruppe. Jazz-Gitarre lernen auf Facebook. Wenn du Interesse an dem Thema hast, wäre das vielleicht eine Idee mitzumachen. Meine Erfahrung mit dem Thema Chord-Melody ist, es gibt unheimlich viele tolle Arrangements, natürlich als Videos ohnehin, und auch tolle Noten und Tabs von auch berühmten Gitarristen, die das ganz toll machen, die man nachspielen kann. Es ist alles verfügbar. Das ist wirklich toll. Das gab es in meiner Anfangszeit so noch nicht, ohne Internet. Heute ist alles verfügbar. Aber was fehlt? Ich finde, es fehlt oft die Erklärung, wie man ausgehend von der reinen Melodie und dem Akkordsymbol zum fertigen Arrangement kommt. Was sich der Gitarrist dabei gedacht hat überhaupt. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema und je mehr Akkordsysteme und Akkorde, Akkordvoicings du kennst und geübt hast, desto einfacher wird es und umso schöner wird es auch, weil du dann viel mehr Auswahl hast. Es geht ja oft darum, wir haben einen Melodieton und ein Akkordsymbol und wollen gerne den Akkord so wählen, dass der Melodieton der höchste Ton ist. Das wäre so die einfachste Variante. Und je mehr schöne Akkorde du kennst, desto mehr Möglichkeiten hast du dabei. Mein heutiges Arrangement des Jazzstandards The Days of Wine and Roses ist jetzt auch nicht speziell anfängerfreundlich gemacht, sondern es ist so nach meinem persönlichen Geschmack, wie ich das ungefähr machen würde. Es ist jetzt auch nicht zu vertrackt. Ich mag es eigentlich auch halbwegs minimalistisch und klar und ohne viele Zwischenmelodien und so. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es für mich arrangieren würde. Und ich erkläre dir jetzt aber mal, was dahinter steckt, Takt für Takt. Das PDF mit dem fertigen Arrangement kannst du dir wie immer herunterladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Also als Vorlage dient mir das ganz normale Lead Sheet aus dem altbekannten Real Book. Aber trotzdem ist es gut, wenn man sich immer mal ein paar verschiedene Varianten anschaut. Denn in jedem Buch, auch in jedem Real Book sind die Akkorde ein bisschen anders, anders erweitert zum Beispiel oder auch ausgetauscht komplett. Dass man mal so einen Überblick bekommt, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und dass man jetzt nicht sich an einer einzigen Version unbedingt so festbeißt. Aber der Übersicht halber nehme ich jetzt heute als Grundlage eine einzige Variante mit Melodie und Akkorden. Also es geht los. Melodie ist C und A. Und das Ganze soll sein F Major 7. Die Herangehensweise ist jetzt eigentlich immer, dass ich mir einen Akkord suche, der den Melodieton als höchsten Ton beinhaltet. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten für F Major 7 mit A, weil es die Terz des Akkords ist, die ja quasi in jeder Version von F Major 7 auch vorkommt. Ich muss mir nur einen F Major 7 suchen, bei dem es der höchste Ton ist. Mir würde der hier einfallen. Aber ich habe mich entschieden, noch eine andere Klangfarbe mit reinzunehmen, die None. Im Jazz sind ganz oft die vier Klänge, die notiert sind, werden erweitert zu fünf Klängen, also mit None. Und wenn ich es so mache, habe ich fast dasselbe, aber ich habe noch die None mit drin. Und den Auftakt lasse ich hier erstmal unharmonisiert, einfach nur das C einzeln. Jetzt haben wir S7 mit den Melodietönen G, A, C. Also muss ich schauen, wie kann ich das vereinbaren mit einem S7-Akkord. Erstmal ganz einfach, wenn ich den ganz gewöhnlichen Drop 2 S7 nehme, habe ich schon das G als höchsten Ton. Aber das A kommt nicht vor in einem S7-Akkord. Also muss ich mir überlegen, was ist denn das A bezogen auf S? Es ist die Kreuz 11, also die übermäßige Quarte. Also kann ich mir überlegen, welche Voicings, welche Akkorde kenne ich denn für S7-Kreuz 11. Und dann nehme ich einfach das hier. Das S ist jetzt gar nicht drin, aber das habe ich ja gerade gespielt. Ich spiele... Also grundtonlose Akkorde sind ein sehr guter Weg, mehr Klangfarbe reinzubringen. Und so ist der S7-Takt abgedeckt. Okay, dann geht es zum D7 mit den Melodietönen D und C. Jetzt stehen hier bei mir in meiner Version im Realbook B5, B9 in Klammer, dann wieder aufgelöst. Spielt eigentlich keine Rolle, weil die Melodietöne nicht damit kollidieren. Also da muss man aufpassen, wenn B9 oder B5 oder Kreuz 9 dasteht, ist das zu rechtfertigen mit einem Melodieton, der dem sonst in die Quere kommen könnte. Aber hier Grundton und Zeptime passen zum D7 ohne B9 genauso gut wie zum D7 mit B9. Es ist also zu vernachlässigen. Die Optionstöne stehen hier auch in Klammer. Also könnte ich einfach nehmen D7. Ist mir aber zu banal. Deswegen nehme ich D7-9. Typischer Blues-Akkord. Und für den Melodieton C, was ich dann nehme, ist eigentlich Fis-Moll7-B5. Das ergibt nämlich D7-9 ohne D. Also ganz oft wirst du es merken, es kommt noch öfter, kann man gut den Vierklang eine Terz weiter nehmen. Also statt D7 auf der Terz des Akkords, das ist ja Fis-Moll7-B5 und dann habe ich als Klangergebnis D7-9. Also so habe ich es gemacht, erstmal diesen Neuner und jetzt den. Und erst jetzt färbe ich das Ganze ein zum D7-B9. Die Melodie geht ja dann weiter. Und ich dachte einfach, es ist schöner, erst die große None zu nehmen, das gewöhnlichere Intervall sozusagen und dann die B9. Das meine ich. Ich könnte auch sagen, es ist ein S-verminderter Vierklang. Bei einem Dominant-Sept-Akkord kann man in Halbton höher den verminderten Vierklang spielen. Und das ergibt dann den 7-B9-Sound. Jetzt steht hier G-Moll7 und wir haben Melodietonen A und D. Ganz einfach, A ist die None von G-Moll, also wird es ein G-Moll9. Und jetzt könnte ich, wo das D kommt, einfach G-Moll7 spielen. Aber ich mache wieder dasselbe Spiel mit dem Vierklang auf der Terz. Also wenn ich auf der Moll-Terz von G-Moll7 Major7 spiele, das wäre B-Maj7, dann habe ich eigentlich als Sound G-Moll9 nochmal. So spiele ich den hier. Es bleibt immer noch G-Moll7, Melodietöne C und A. Jetzt ist das C nicht drin im G-Moll7, es ist die Quarte. Also tausche ich aus dem Moll7 einfach die Terz aus gegen die Quarte. Das ist also wie ein 7-Sus-Akkord. Und nochmal den Moll9-Akkord. Jetzt steht in meinem Reelbook B-Moll ganz einfach. Melodieton ist aber ein A. Das wäre also Moll-Maj7. Das ist ja die Major7, das A von B aus. Und im anderen Reelbook, habe ich mal geschaut, steht hier aber auch direkt S7 als Akkord. Gar nicht B-Moll. Bei zwei 5-Verbindungen habe ich gelernt, die sind austauschbar, die Akkorde. Also ich kann das, wenn es mir besser gefällt, das B-Moll ignorieren und gleich S7 spielen. Oder ich könnte auch B-Moll einfach lassen und das S7 ignorieren. Die Akkorde sind verwandt in einer 2-5-Verbindung. Die können füreinander stehen. Und für mich ist einfacher zu denken, ich gehe gleich zum S7 und mache den wieder als Kreuz 11. Aber genauso gut könnte ich auch sagen, das ist B-Moll-Maj13. Ich finde es nur einfacher zu denken in S7 an der Stelle. Den Akkord könnte man auch als B-Moll-6 deuten oder als S7 mit Quint-Bass. Dann geht es weiter. Ich muss auch nicht jeden Ton immer harmonisieren. Also es ist mal zwei Töne ohne Akkord. Dann A-Moll-7, Melodieton G, Drop-2. Nichts Besonderes. Jetzt habe ich den Melodieton D und A-Moll-7. Das wäre also ein A-Moll-7-11-Akkord. Den nehme ich auch. Diesen hier. Und auf die letzte Note im Takt fürs E nehme ich. Da könnte man sagen, das ist eigentlich C6. Nur C6 ist dasselbe wie A-Moll-7. Hier mit Terz-Bass. Also die ganze Stelle nochmal. Jetzt kommt D-Moll-7 mit Gs. Also wieder Moll-7-11. Das ist einfach ein Drop-2. Bei dem ich wieder die Terz durch die Quarte ersetze. Die Terz kommt aber direkt danach. Und jetzt mache ich wieder das Spiel. Fünf Klang erzeugen, indem ich eine Terz höher das Voicing spiele. Also statt D-Moll-7 spiele ich F-Major-7 und habe damit einen D-Moll-9-Sound. Auf der Terz des Akkords den Major-7-Akkord. Den G-Moll-7-11 hatten wir schon öfter oder G-7-Sus kann man ihn auch nennen. Also G-Moll-7 steht hier und dann C-7. Wie gesagt, das ist austauschbar. Also ich tue so, als wären es einfach zwei Takte G-Moll-7, könnte man sagen. E-Moll-7-B-5 mit A, das passt wunderbar. Der hier. Jetzt habe ich mal kurz ausnahmsweise Basstöne eingebaut, einzeln. Das geht dann zum A7. 7-B-9 steht da, typisch in der 2-5-1-Moll. So spiele ich den A7-B9. Und wieder D-Moll-7 mit Quarte. Jetzt kommt G7 mit E. Also G13, ganz einfach. Standardgriff, G13. Und noch Melodieton D. Hier nehme ich den B, Deutsch-H, halbvermindert, als Substitut für G7-9. Jetzt kommt G-Moll-7 mit G. Ich mache es ein bisschen spannender, indem ich den Akkord als C7-Sus sehe. Wie gesagt, in einer 2-5-Verbindung, ich habe hier G-Moll-7 und C7, ist das austauschbar. Ich kann genauso gut gleich einen C nehmen und C7-Sus ist quasi eine Mischung aus G-Moll-7 und C7. Und im nächsten Schritt färbe ich den weiter ein mit B9 und Kreuz 11. Schöner Akkord. Und jetzt geht es wieder zum Anfang. Und da habe ich ja wieder den Auftakt, den Ton C. Es geht ja wieder. Und diesmal harmonisiere ich das C auch, nämlich als G-S, 7 Kreuz 11. Wie komme ich zu G-S auf einmal? Hier steht auch C7. Tritonussubstitut zum C, also einen Tritonus entfernt. Den Dominanz-Sept-Akkord kann ich genauso gut nehmen immer. Jetzt beginnt das Ganze von vorn. Und so weiter. Ich habe das jetzt nicht neu harmonisiert, sondern ich lasse alles, solange ich kann. Wenig Arbeit. Solange bis wieder die Stelle kommt, A-Moll-7, D-Moll-7. Da muss ich wieder was ändern. Also der Anfang ist noch gleich. Dieser A-Moll-7, 11. A-Moll-7 mit Herzbass. Und jetzt ändert sich die Melodie. Die wird nämlich jetzt aufsteigend. Und als Akkord habe ich D-Moll-7. Also mache ich A-Moll-7, 11. D-Moll-7, 11 quasi. Und da die Melodie aufwärts geht, gehe ich mit dem Bass abwärts. Das habe ich einfach schon öfter so gehört, wenn Leute das arrangiert haben. Und das klingt einfach schön, weil das so eine Gegenbewegung ist. Das könnte man jetzt nennen D-Moll-7 über C. Also mit Septim-Bass. Sieht aber auch aus wie ein F-Dur-Dreiklang mit C im Bass. Also das würde man jetzt ohne Kontext dazu sagen. Für mich ist es alles noch D-Moll-7. Und das ist auch eigentlich ein F-Dur. Aber er fungiert hier als D-Moll-7 noch mit Quint-Bass. Es lohnt sich auch, diese schönen weiten Dreiklänge zu üben. Dann hast du die parat. Also. Jetzt kommt B-Moll-7, B-5. Also B- oder Deutsch, H-Moll-7, B-5. Jetzt geht es einen Halbton abwärts zum B-Flat-7. Den kann ich ja jetzt auch andersrum mir wieder als Tritonussubstitut zum E-7 machen. Das wäre ja dasselbe. Oder das ist wahrscheinlich auch die Denke, wie man zu diesem Akkord gekommen ist. Dass das ein Dominant-Sept-Akkord sein soll, eine Dominante zum A-Moll, der danach kommt. Also ich mache einfach ein E-7 daraus gedanklich und mache den als E-7-B-9. Da muss ich nur einen Ton ändern. Wieder der verminderte Vierklang als 7-B-9-Substitut, wo ich mir aber vorher noch den Melodieton E einbaue. Jetzt A-Moll-7 nach Schema. Wir haben einen Akkordton, das C, also können wir ganz normalen Drop-2-Vierklang nehmen. Nochmal Drop-2 mit Grundton als Top-Note. Dann, wie so oft, den D-Moll-7 mit Quarte. Und nochmal G-Moll-7 mit A, also G-Moll-9. C-7 mit D, also ist praktisch C-7-9. So, und jetzt geht es eigentlich ganz einfach zum F-6. Können wir auch sagen D-Moll-7. Das ist aber kein schöner Abschluss. Deswegen, beim Schluss kann man ruhig ein bisschen kreativer werden, dass das wirklich nochmal ein Höhepunkt des Stückes ist. Da gibt es verschiedene Tricks, wie man vermeidet, dass man jetzt einfach so banal spielt. Und einer dieser Tricks, die ich mir gemerkt habe, ist, anstelle der Tonika des Akkords der ersten Stufe, spiele ich den Major-7-Akkord auf der B-6. Stufe. Hm, also von F aus. F ist unsere Eins, zu der es ja eigentlich hin soll. Ich spiele stattdessen des Major-7. Es funktioniert unter anderem deshalb, weil ich hier auch den selben Ton, den Grundton von F, so schön einbauen kann. Nur ist es hier die Terz. Also ich spiele. Jetzt gehe ich im Quintfall runter zum Gas-Major-7. Und das Gas-Major-7 ist ja nur ein Halbton über unserem Ziel-Akkord. F-Major-7. Und jetzt spiele ich einfach F-Major-7. Und lasse zwei Leerseiten mit linken unteren beiden Seiten leer. Dann habe ich nämlich noch eine Kreuz-11 als Färbung. Major-7-Kreuz-11 ist auch ein schöner Schluss-Akkord. Also nochmal die ganze letzte Stelle. F-Major-7-Kreuz-11 ist auch ein schöner Schluss-Akkord. F-Major-7. F-Major-7-Kreuz-11 ist auch ein schöner Schluss-Akkord. Jetzt wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn du das nicht nur nachspielen und wieder vergessen würdest, wie es dazu kommt. Sondern nimm dir, noch wichtiger als das nachzuspielen, nimm dir mal einen anderen Jazz-Standard vor, den du auch versuchst, auf diese Art zu arrangieren. Und meine Akkorde, also die Problemlösungen, das könnte einfließen, dass du jetzt auch siehst, ach, wenn ich einen Major-7-Akkord habe und die Quarte ist der Melodieton, wie es jetzt hier so oft vorkommt. Dann hast du, wenn du mein Arrangement verstanden hast, neue Ideen, wie kann das praktisch aussehen. Oder mit den Tritonussubstituten die Sache. Oder die Vierklänge auf der Terz als Fünftlangssubstitut. Versuch dir, die Ideen zu merken aus meinem Arrangement und kreativ anzuwenden auf andere Stücke. So habe ich es auch gelernt und so lerne ich immer noch dazu. Das ist wertvoller, als es einfach jetzt nur abzuspielen. Aber wenn du es natürlich gerne nachspielen möchtest, gibt es, wie gesagt, Noten und Tabs als PDF und als GuitarPro-Datei zum Herunterladen. Wenn du mehr über Jazz-Akkorde von mir lernen möchtest, schau dir auch mal meinen Kurs Jazz-Akkorde für Gitarre an. Ist praktisch ein E-Book mit verschiedenen Akkordsystemen und ein paar ergänzenden Videos und Backing-Tracks. Das soll es für heute gewesen sein. Gib mir den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.